Musterung von Christoph Meckel Wie kamst du in die Welt? Ein Mensch, geboren, mir schlug die schöne Welt den Himmel um die Ohren. Dein Alter? Sieben Kriege und ein Überleben. Leibgröße? Wie ein Sarg, der allen Völkern Platz kann geben. Dein Herz? Ein Muskel, der kaut, eine Kälte. Dein Mund? Ich hab in mir verbrannt mit Strophen. Die Augen? Sahen oft, wie sich die Nacht erhellte. Die Ohren? Hörten oft Geschrei im Klageofen. Was hast du vor? Noch einmal überleben und sagen, diese Meere haben wir geritten. Wir wollen ihr ein besseres Futter geben und um ein neues Zaumzeug bitten. Wie heißt dein Land? Es heißt nicht. Nicht vorhanden. Ein faules Nichts, umstellt von Draht und Wänden. Und dein Zuhause? Ein Fluchtweg aller Landen, ein Hohelied, zu singen aller Enden. Wie kann ein Mensch so reden? Streicht ihn von der Liste. Du taugst als Musikant nur an nutzloser Stille. Gewiss, ich spann mich selber vor die Leierkiste Und zieh sie pfeifend durch die taube Hölle. Dankeschön. Dienste Musikant nur an die Hoheliedsze